Nach ca. 2-3 Wochen ging der Ölbrenner von Weishaupt WL5 Modell A wieder in Störung. Das Problem ist bekannt, es sind Ablagerungen auf der Stauscheibe, welche weiter brennen, nachdem der Brenner abschaltet und was der Lichtsensor erkennt und die Störung auslöst. Also baue ich den Düsenstock aus, entferne die Ablagerung und der Brenner läuft danach wieder eine Zeit lang bis zum nächsten Mal. Natürlich möchte ich die Ursache beseitigen, doch die Frage bleibt, was sind die nötigen Schritte, um das Problem zu beseitigen. Manche meinen, es sei eine falsche Düse, andere meinen der Öldruck und wiederum andere, dass die Luft nicht richtig eingestellt ist. Fakt ist, dass kurz vor Weihnachten ein Notdienst einer von Weishaupt zertifizierten Firma den Brenner damals entstört hat. Ich habe gesehen, dass der Monteur den Öldruck gemessen hat, war okay. Luft gemessen hat, war angeblich auch okay und dass er eine andere Düse eingebaut hat. Wie kann ich nun also herausbekommen, was schief läuft? Luft. Luft gemessen hat, sind wir halt sicherlich in der Nähe der Öldruck. Luftge molta